Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Heute präsentieren wir euch das neue Wagenset 97.029 von LS Modells. Und zwar da drin waren ja die Nightjet Sitzwagen, die wir ja schon ausgepackt hatten. Wir präsentieren diese beiden Wagen im Zugverband eines ÖBB EuroCities mit modernem Wagenmaterial. Vorgespannt wird eine ÖBB Taurus Lokomotive, eine F1116. Wir könnten uns vorstellen, das ist jetzt ein EuroCity zwischen Salzburg und München. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Sollteam berichtet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020